Hallo, ich bin Carsten in Schwarental und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne noch ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal, ich bin heute mal wieder an den Niederrhein gefahren, so Richtung holländische Grenze. Ich befinde mich heute hier auf der Mühlenroute im Schwalmtal. Ich habe vorher diesmal nicht wirklich viel über die Strecke gelesen, ich habe nur ein paar Bilder gesehen und von daher lasse ich mich dann mal überraschen, was der Tag heute so bringt. In der Gegend hier war ich schon mal, ich bin jetzt hier auch gerade, diesen Stück des Weges, den bin ich auch im letzten Jahr schon mal gegangen. Und zwar ist das hier ein Teilstück der Zwei-Seen-Runde von der Wasserwanderwelt. Ich lasse mich mal überraschen, was heute hier auf der kurzen Runde so zu sehen ist. Es soll ab Mittags anfangen zu regnen, von daher habe ich mir dann heute wirklich mal nur eine kurze Runde ausgesucht. Und wenn ihr noch weiter Lust habt, begleitet ihr mich noch ein Stück. Und hier ist es wieder eine kurzen Zeit, wo ich mal ein paar Jahre hab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020